hi ho und willkommen zurück bei lieben strategie spiel und königsmacher freunde zum majesty gold hd ja wie immer schalten wir es bei die pw mod im fuft garz modern im pw garz ja und dann laden wir balance of twilight ich sage jetzt von vornherein die aufnahme session heute wird nicht so langweilig nur die mission hier machen werde die wird aber wahrscheinlich auch noch so gute stunde dauern weil ich mir echt noch haben überlegen bin was ich mit der legendary heroes mission mache von daher ja gucken wir einfach mal worauf das jetzt hinauslaufen wird wie viel zeit das braucht da gibt es halt die nächste woche bzw übernächste woche mal sehen wir die folgen dann rauskommen zu ein oder zwei folgen weniger oder vielleicht sogar drei wenn es weniger als eine stunde ist okay laden wir mal das ist ja schon mal eine gute begrüßung also wir sind wieder mittendrin unsere tempel sind fast alle voll hier können wir doch aber erst erforschen und ich bin echt mal gewillt eine embassy dann zu bauen ja trading post ist auch so weit gut da klaut mir wieder eine ratte geld ja gut wir werden hoffentlich das ding los vor allem sobald wir nur noch leute haben die ja eigentlich dazu da sind mal ins zettel mit ihr zu beschützen so magic bis zum ausbauen oh ja ich habe vergessen mag ihr tun zu bauen das könnte ich auch mal nachholen also wizard gilt und eine embassy hätte ich auch gerne die ist zwar auch etwas teuer aber dadurch werden meine zwerge und alles auf level 2 oder sogar höher level 3 ausgebildet so der perimeter hier hält recht gut ich will aber noch weiter ausbauen und ich will hier was hier bauen um meinen marktplatz zu schützen das wäre gleich mal so verkehrt ach du meine güte da kommt ein kompletter da kommt aber echt eine riesige kommen in horde und hier kann ich leider nichts hin bauen hier kann ich was hinbauen das sollte überreichen oh oh ja gut so wir öffnen jetzt einfach die embassy und lassen die mal sich um alles kümmern wenn ich versuche sie hier am leben zu halten damit die bin ich auch noch krippiert durch die fett oh und den da hätte ich mich gerne los ja jetzt werden erstmal die tempel äh erstmal die embassy vollgestopft bevor die gilden gefüllt werden stimmt da war was i serve with pleasure geld kommt rein hoff ich mal ja hier oben ist es halt gefährlich so wen haben wir jetzt in der embassy ach einen normalen soldaten aber der ist schon stufe 3 was schon mal nicht schlecht ist so was kommt als nächstes raus so als nächstes den da upgrade und den da upgraden naja gut jetzt läuft es nicht weiter weil wir das geld nicht dafür haben das wird immer dann abgezogen so was so 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 Der Ballisterturm, der könnte gleich einstürzen. Gut, den können wir entsetzen. Von daher ist das jetzt kein so großes Problem. Stärke und Regenerationsportions, die sind auch nicht schlecht, die zu haben. Ich hoffe mal wenigstens, dass er die Kaserne mit Paladin voll macht. Ja, da müssen wir jetzt gerade zwei Leute krepiert. Ja, deswegen Marketease, wir brauchen mehr Geld. Naja, deswegen meinte ich, das kann da eine Weile dauern, bis wir hier die Mission geschafft haben. So, der Ballisterturm ist ersetzt. Wir haben Mönche verloren. Woher zur Hölle läufst du denn hin? Ja, wir müssen echt da oben mal gucken, dass wir die Goblins loswerden. Und eigentlich auch die Goblins hier drüben. So, wir haben auf jeden Fall jetzt den Tempel auf Max. Das hätte ich auch gerne auf Max. Du hast dafür gekämpft, deswegen darfst du weiterleben. So. Wir haben jetzt noch den Garten. Und ich sag mal meinen Steuereintreiber, sie sollen nicht weniger als 200 einsacken, damit wir, damit sie... ...sich auf... ...auf die Größe und Sachen konzentrieren. Das war ein Level-3-Mönch, der ist nicht so wichtig. Ja, das Problem ist, die... ...Patome werden jetzt auch immer penetranter. Ein Wizard. Oh ja, Bibliothek. Also Library. Das ist zwar in der hintersten Ecke, aber es ist besser als nichts. Allein schon für die Magieresistenz. Komm, du darfst mal weiterleben. Ein neuer Herrier hat auf der Embassy, mein Liege. Ein neuer dafür, gut. Mein Problem ist jetzt, dass wir zur Zeit sehr wenig Paladine haben. Bist du bereit, mit der Tod flirten? Deine Majesty, ein neues Gebäude ist komplett. Ja, tschüss, du. Und das hier stimmt übrigens nicht. Da müsste eigentlich der Ritter angezeigt werden. Also der Warrier. Ja, jetzt stimmt das Symbol wieder. Goblin-Angriff, der sollte halt... Oh, ne Hilfe. Naja. Den nochmal upgradeen. Oh ja, Library. Erstmal Magieresistenz. Und dann Intelligenz. Intelligentere Händen sind drüber, was schön ist. Und ein Teleportations-Abonet ist auch nicht schlecht, es zu haben. Sovran, ein Gebäude wurde aufgerichtet. Ein neuer Herrier hat auf der Embassy, mein Liege. So. Das Goblin-Lager da oben ist weg. Das gibt uns schon mal etwas mehr Ruhe. Sovran, dein Marktplatz ist jetzt besser. Aber wenn das etwas gefährlich ist mit dem Phantom... Ja, oder was wird jetzt ausgebildet? Noch ein minnt, okay. Damit ist die Magier-Gelde voll. Ich würde mich eigentlich gerne mal drüber freuen, wenn die Embassy Paladine macht. Wir fliegen in Terror vor einem Troll, auch gut.